Wann geht's los? Da könnte ich hingehen. Ich glaub, da hab ich's gut. Komm, ich mach hier einen. Was? Nimm doch die echte Waffe. Da hab ich's zu schnell gedrückt. Oh, ich hab Glas gehört. Nebenhaus. Ich hätt aber auch beim Safe landen können, oder? Nicht so wichtig. Hier schon eine Drohne hat neben mir. Ist das zu fassen? Kommt der? Wahrscheinlich nicht, oder? Die Leute ziehen mir ihre Drohnen. Dann machen die nix. Dann machen die nix. Ist, hier ist keiner. Ich kann hier guten Gewissens meinen Aufgaben nachgehen. Wo hat denn das? Ja, das war's für mich. Kommt der? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Toter geht's nicht. Ich bin tot. Oh Gott, ich lebe. Oh, er hat die Dreierweste. Wie hab jetzt ich, ha? Wie hab jetzt ich. Oh, er hat sich ja aber nicht sehr clever angestellt. Der hätte seine Posi wechseln sollen. So, jetzt mach ich mal ein Safe weiter. Stört mich nicht immer bei meinen Hausaufgaben. Ist das der Typ? Da landen zwei. Da muss ich hin. Ah, der traut sich nicht. Wo ist denn da hin? Stehe ich nicht. Was machen die immer? Ich komm noch extra hier hin. Miu, miu. Ah, ich bin hier, ich bin hier. So, hier sind doch bestimmt Leute, die mich erwarten. Na gut. Oh Gott, das ist so behindert. Es ist so behindert. Bitte mach's einfach. Das dauert 80 Jahre. Wieso lebe ich noch? Als wäre ich der einzige Dude auf der Map. Also ich muss noch, nee, ich will jetzt nicht noch ein Safe machen. Irgendwann reicht's. Und, ist hier was los? Scheint nicht. Bin ich alleine in dem Spiel? Oh. Im Turm oder was? Dann hab ich ja gar keine Lust. Oh, da sind ja überall welche. Okay, der ist in dem Haus. Wirklich zuerst hin. Er sitzt am Klo. Das wäre erledigt. Da sitzt einer drin. Auf dem Turm, der kann mich mal. Der kann mich aber sowas von mal. Der schießt jetzt auf den, wo ich hin will. Der sitzt da echt oben drin. Soll in der Hölle schmoren. Hm. Oh. Okay, jetzt schießt er auf mich. Ist das im Ernst? Ja. Es sind mehrere Leute. Das ist sicher nur eine Täuschungsgranate. Aha. Das ist halt... Absoluter Müll. Wie schnell man tot ist. Absoluter Müll. Der konnte nichts tun. Wenn mich jetzt einer sieht, bin ich genauso tot wie der. Deshalb... Darf mich keiner sehen. Gibt's hier einen Shoppy? Da oben. Da gehen wir hin zur guten Beute, oder? Ich weiß aber, hier war noch was. Ist das ein NPC? Das weiß ich immer nicht. Okay, der ist rausgesprungen. Cool. Sind das echte Leute? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Da brauche ich mich gar nicht aufregen. Das sind einfach NPCs. NPCs drohen. Oh, ich habe einen NPC gekillt. Ich fühle mich richtig gut. Ich habe darauf keine Lust. Muss ich echt sagen. Wo sind denn die echten Leute? Was mache ich hier eigentlich? Ich gehe mal zu den echten Leuten. War da was? Fährt er weg? Wo fährt er hin? Ich bin verzweifelt. Ich bin langsam verzweifelt. Er hupt. Komm, ich mach mit. Er hat sich gerade eine Drohne gekauft. Hat er mir die weggekauft? Natürlich hat er das. Wo? NPC, NPC. Ich muss hier raus. Lieber am Berg. Wenn ich noch eine Drohne hätte, die mir der Dude eine Sekunde vor der Nase wegkauft und dann stirbt. So, ich langweile mich. Muss jetzt irgendwas tun. Dann springe ich hier mal rein. Da ist wahrscheinlich eh noch irgendwas los. Fliege mal gleich über die Brücke, sonst muss ich darüber gehen. Ui, da ist einer. Das war's mit ihm. Wie ist eine Waffe looter? Da hat er sich ein paar Dinge schon zusammengesucht. Ja, wir haben Geld. Wir sollten mit unserem Geld Dinge kaufen. Und zwar jetzt, bevor... Irgendwer kommt. Warte mal, kann ich mir ein Selfie holen? Nein, 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 nein. Okay. NPCs sind schlimmer. Wo soll ich denn bitte hier hin? Ist es doch... Ist es doch... ...nicht gut. Ist es doch nicht gut. Gut, ich hab hier High Ground. Aber von hinten ist es nicht gut. Ach, ich will das hier überhaupt nicht. Die halten mehr aus, als die echten Spieler. Ihr ihn retzt. Ja, das war's, das war's. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Da bin ich nochmal davongekommen, oder? Ich bin so schlecht hier. Hinter mir, über mir. Da kann auch noch was kommen. Komm safe noch was. Ich geh mal hier rein. Huiuiuiuiuiui. Hm. Dem bin ich echt entkommen. Wie langsamer ist es im Spiel. Vielleicht sollte ich da gleich hinlaufen. Da war einer, glaub' ich. Wer ist er? Okay, schade. Ich hätt' warten sollen, bis er runterläuft. Hat für mich so ausgesehen, als läuft er runter. Komm her. Okay. Ist er schon tot? Da sitzen doch sicher, liegen doch die Snakes im Wasser. Wie viele Leute noch? 13. 13 ist ne Menge. Wo sind die denn alle? Da ist auf jeden Fall einer. Schau, ich bin. Also, einer, da ist einer, da ist einer. Nein. Ich wollte gerade dasselbe machen. Ich wollte durchs Gas gehen. Er hat die Pfennig in der Hand und ich nicht. Ach, shit. Schade. Schade Schokolade. Er weiß schon, dass er auch ne andere Waffe nehmen kann, oder? Ich hoffe, er stirbt. Er hat auch ne... Ja. Ne goldene Gasmaske. Da hat man's leicht. Oh, der hat's gut. Schau, wo der ist. Da links, da links. Immer diese Leute. Die, die es am meisten gut haben, die machen immer nix. Schau doch nach links, was da los ist. Er schaut nicht mal um sich rum. Wow. Wie kann der so da vorbeilaufen, ohne sich umzuschauen? Er spielt auf jeden Fall Posi. Er ist der Posi-Typ. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Lauf nur in die Posi. LOL. Die Posi hat von allein gewonnen. Was? Hat sie überhaupt einen Kill gehabt? Ja. Das war die Runde, oder? Ja. Ja. Dorf. Die Posi. Bis zum nächsten Mal.